Die VMR GmbH und Co. KG aus Mönchweiler im Schwarzwald ist seit über 25 Jahren ihr Partner für Prototypen und Kleinserien aus Kunststoff und Metall auf höchstem Niveau. Unser technisch orientierter Vertrieb stimmt ihre Anforderungen mit unserem einzigartig breiten Dienstleistungsportfolio ab. Schnell, persönlich und verlässlich. Das ist VMR. Die spritzgussgerechte Teileoptimierung und Bauteileentwicklung realisieren wir in unserer Werkzeugkonstruktion mit unterschiedlichen Systemen. Additive Manufacturing ermöglicht SLM-Teile mit einer breiten Materialvielfalt auf mehreren hochmodernen Lasermeltinganlagen. Auf Wunsch mit nachfolgenden Zersparnungs- und Oberflächenbearbeitungsmöglichkeiten. Beim Vakuum-Ungießen entstehen funktionsfähige und optisch anspruchsvolle Prototypen aus Polyburethan, Polyamiden und Silikon. Mit höchster Präzision fertigen wir vollautomatisch gefresste Prototypen und Kleinserien in fast allen gängigen Halbzeugen. Unsere vollautomatische Aerodierlinie arbeitet unter dem Einsatz von Grafit-Elektroden im Dreischichtbetrieb. Vom einfachen Aluminium-Prototypen-Werkzeug bis zum hochkomplexen, vollautomatischen Kleinserien-Werkzeug sorgt unser Formenbau für kürzeste Durchlaufzeiten. Komplexe Prototypen und Kleinserien aus Thermoplasten und Elastomeren werden bei VNR in höchster Qualität und Produkteffizienz hergestellt. Unser umfangreiches Leistungsspektrum ermöglicht es uns, die für Ihre Anforderungen optimale Prozesskette zu erstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das VNR-Team freut sich auf Ihre Anfrage. Ausnahmest İslam